Ja, ja, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Ja, immer noch 2 und nicht 1 und nicht 3, nur noch 2. Oh, cool. Ja, weiter erforscht wie die Galaxie. Ah ja, wir müssen auch den, ähm, gesundes Gerne holen. Den zweiten, mit den Sitten haben wir ja schon ertweetet, Schlinge raus mit den Wanderaffen. Einfach so zu Stufen erfunden und das hab ich getan. Oh, dann ist er weg. So, und dann nehmen wir mal direkt den Glugluglug Mario. Genau, wala, schau, wala. Den Gumballor eliminieren und schlafen, gluglugluglug. Oh, und, ach, Mensch. Brauchen den... ...gut alten Stall, Mario. Gute alten Stall, Mario. Gute alten Stall, Mario. Da ist ja ein Stern. Ach, die Musik ist so... altmodisch. Ich muss nur Jazzmusik. Ich muss nur jetzt Jazzmusik. Ah, die weg. Ah, die weg. Ah, wann. Okay, Pfeifen ist nicht gut, ich habe schon mal ein paar Aufnahmen von mir gemerkt, wo ich Pfeifen habe, waren die ersten oder so. Das ist der Sturm, voll gut stehen, na klar. Oh, da habe ich genau da reingeflogen. Oh, das ist der Sturm. Oh, das ist der Sturm. Sturm. Ach, Sturm! Oh, ich! Sturm! Ah! Ah Zu Ballade Hä? Du Riesenase Komm, du bist nicht weg Achtung! Ach so, die Hände zu sehen! Okay okay, jetzt gleich... Oh, ich werde die Hände zu sehen! Oh, ich werde die Hände zu sehen! Oh, das ist gut! Ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun tun! Ich werde die Hände zu sehen! Oh! Ich werde die Hände zu sehen! Oh! Ich werde das nicht wahrnehmen! NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO Was der schwer Soh, wenn ichne die Tentacle in die Nase mache Wie er sich in deinem dem dem dem- Ja, behindert der Hä? Ich hab doch getroffenen Plänen! Den Kolaps! Oh komm mal aus! Oh da! Komm her, komm her! Ja! Sag uns Hallo! Guten Tag! Dum 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 dum! In die Fresse rein! Haha, du bist gut, du bist gut! Du denkst, die Gente ist gut, ne? Ah nein! Ey, um aufpassen, Mario! Wieso gut? Und die Leute den Sterne, wenn ich mich nicht wohne! Nein! Nein, 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 nein! Ich werde nur... ...unnötig... ...meine... ...Leben verschwinden! Wir können ja einen anderen umgelassen machen! Und von dich! Sieht irgendwas was! Cooler Kunstkoller! Okay! Wir müssen den Spackung machen! ... ... ... ... ... ... ... jemand prominent hat ... Wie noch? ... genau das gewissermaßen deiner auftritt position ein und die wiederum um die entsprechende rechnung zu rollen gar springen wenn uns nicht holt alles platt die antworten probiert geht um studieren glaub mir du wirst dich schon zurecht oh ja Das war's für heute. Alter! Alter! Hilfe! Hilfe! Wer ist das denn von der Scheiße? Alter! Ich bin der Mann, bitte hierherher! Ich bin der Mann, bitte! ich hab mich dann aussieht ich habe meine wäber ich habe einen färbeln um zu reden bin Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Was ist das? Hä? Hä? Wettel, hä? Hä, Wettel? Wow, okay, Wettel mit mir! Oh, yeah! 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 Oh! Oh! Oh, Giuseppe, schön! Oh, Mario, ey! Was für Verfaxen, ey! Oh, das war so übel! Oh, Mario! Oh, ja! Dreck, du! Ich will gleich! Wir müssen, glaube ich, einen Idiot machen! Oh, nein! Ich habe einen gebrief für deinen Babylum! Was? Mein lieber Babylum! Ich mache mir Sorgen um dich! Doch ich weiß, was Mario gut auf sich auch gibt und dich nicht in die Gefahr bringen würde. Vielleicht könnt ihr hier mit etwas anfangen. Ich will die Kraft der Sternteile mit euch sein. Hürgen Star Wars! Wow, aber ich war ein ganzes für 50 Sternteile überlegt. Oh, ja! Keine Aktion! Also, Star Wars-Nachmaker! Und wir gehen uns zur nächsten Galaxie! Ein... Stern fällt uns nach! Moment! Weltkarte? Findest du irgendwo einen Stern? Hm, hm, hm! ... ... Was ist der Wattenwolken-Galaxie? Geh ich aufm gucken! Wattenwolken-Galaxie! Äh, was ist der? Was ist das? Wattenwolken-Galaxie? Wattenwolken-Galaxie? Ja, das erfahr'n demnächsten Part! Jo, don, don... Und zu Ihnen war es dann im nächsten Part von Let's Play. Gib einmal die Galaxy-T2. Ciao.